Hallo Leute, heute in der Elektro-Serie in 5 Minuten, Umformen des Wirkplans und wir starten mit einer Pararell-Schaltung. Also mit einer Pararell-Schaltung, schaltungstechnisch sieht das so aus. Wir haben hier unser U, dann haben wir hier unseren ersten Block, G von S, also G1 von S und hier unseren zweiten Block, diese sind Pararell, G2 von S und diese kommen hier im Summationsglied wieder zusammen und hier haben wir unseren Ausgup Y. Und wenn wir so eine Pararell-Schaltung haben, dürfen wir die überführen in eine, ja ich sag mal, da brauche ich mehr Platz, in eine solche Schaltung und zwar in einem Block, wo diese beiden Pararellen-Anteile hier zusammengefasst sind mit einem Additionszeichen. Hier der Y und U. Warum darf ich das machen? Kurz für die Leute, die es noch interessiert. Also ich habe hier U1 mal G1, also U mal G1 von S plus, das ist ja hier plus und hier von diesem Zweig kommt U mal G2 von S. So, jetzt kann ich U ausklammern und ich habe G1 von S plus G2 von S. Und das ist ja letztendlich hier U mal G1 plus G2 von S. Ja, so läuft das ab bei einer Pararell-Schaltung, also wenn ihr eine Pararell-Schaltung in eurem Regen-Greis habt, könnt ihr so verfahren. Im nächsten Video geht es weiter mit der Reih-Schaltung. Bis gleich!